Ja, hallo allerseits. Ich glaube, wir sind mal wieder live. Nochmal kurz der Schnelltest. Ja, das sieht gut aus. Hallo, ich freue mich super, wenn ihr da draußen uns wieder beim Live-Talk der Mantica unterstützt, indem ihr dabei seid. Ja, wer sind denn die Mantica? Da ist zum einen mein Mann Roe. Hallo Roe, 50% der Mantica. Ja, hallo aus dem Studio 2 der Mantischen Video Productions. Und ich freue mich ganz toll, dass das heute wieder technisch klappt. Wir haben da keine Kosten und Mühen und Telefonate gescheut, um mit euch dabei zu sein. Und auch wieder heute ein spannendes Thema zu haben. Und 50% der Mantica sind nicht genug. Ich habe, und da habe ich mein großes Glück, meine herzensgute, wunderhübsche, 50% der Mantica, Kirsten. Kirsten, worum geht es denn heute? Ja, erstmal in der Tat, wir hatten heute einiges mit der Technik zu kämpfen. Wir haben gerade ziemlich instabile Leitungen von der Telekom. Und auch ansonsten, ich war gerade in einem Live-Talk und werde nachher nochmal für Tarot e.V. in einem Live-Talk sein. Von daher bin ich hier ordentlich am Reden heute und freue mich, wenn mein Mann ein bisschen das Reden übernimmt, damit ich meine schöne Stimme schonen kann. Ja, worum geht es heute? Wir hatten uns überlegt, dass es doch vielleicht mal ganz interessant wäre, sich Gedanken zu machen, gerade für die Anfänger unter euch, wie ich mir denn so mein persönliches Kartenlege-Ritual, ein etwas sperriges Wort, muss ich gestehen, baue. Das heißt, was für ein Setting schaffe ich mir denn, um besonders gute Legungen zu erzielen? Nun sind Rui und ich ja schon sehr, sehr lange mit dem Kartenlegen unterwegs und haben da sicher auch inzwischen so die eine oder andere Methode ausprobiert. Aber Rui, erzähl mir doch mal, wie es bei dir ganz am Anfang war, als du mit dem Kartenlegen begonnen hast. Wie hast du dir denn dann da so dein persönliches Kartenlege-Ritual gebaut und was war dir da besonders wichtig? Also du meinst früher, wie ganz früher, wo wir noch jung und knusprig waren. Ganz genau. Was war da für mich sehr wichtig? Sehr wichtig war, dass ich einen, ich habe da wahnsinnig viel Auftrag betrieben, ich habe den Tisch gefühlt fünfmal geputzt und abgewischt und geguckt, dass das wirklich fieser Faser frei war, habe mir ein Seidentuch aufgelegt, habe mir ganz teure Räucherstäbchen in Zürich in der berühmten Buchhandlung im Licht gekauft und habe mir dann so ein Ritual erschaffen, in dem zuerst ganz klar war, nur mit den Räucherstäbchen zuerst und dann die Karten und die wurden ausgepackt und dann wurde ganz, ganz ernst und ungestörte Atmosphäre mit ausgeschaltetem Telefon und keine Störung von irgendeiner Seite. Also das war mir sehr, sehr wichtig, dass da keine Fremdeinwirkungen von irgendeiner Seite kamen und dann habe ich dann ganz zeremoniell die Karten gezogen, nachdem ich die gemischt hatte und ausgelebt und dann über die Legung gebrütet und dann Tabellen erstellt, welche Karten öfter vorgekommen sind und welche wie die. Und das war für mich am Anfang sehr wichtig. Du sagst das jetzt so ein bisschen mit ironischem Unterton. Würdest du sagen, würdest du das den Leuten nicht empfehlen, die ins Kartenlegen einsteigen? Na, ich schmunzle, wenn ich heute zurückblicke, dass ich da gefühlt dreimal den Tisch abgewischt habe, denn einmal hätte auch genügt. Aber was mir sehr wichtig war, ist, dass ich dann wirklich alle Störquellen ausgeschaltet habe. Und das finde ich, wenn ich jetzt heute so an die Zeit, und wir reden da vor 30 Jahren zurückdenke, oder vor 25 Jahren zurückdenke, dann waren das schon für mich dann sehr wichtige Momente, wo ich absolut nicht gestört werden wollte. Ja, das war für mich früher auch so. Also für mich war das wirklich ganz, ganz wichtig. Wir reden jetzt hier auch gerade davon, für uns selbst die Karten zu legen und nicht, wie wir das inzwischen professionell für andere Menschen tun. Da haben wir sicher gleich auch noch was da zu sagen. Als ich angefangen habe mit dem Kartenlegen, und ich muss gestehen, auch heute noch ist es mir schon wichtig, dass wirklich alle Störquellen ausgeschaltet sind, dass das, ja, früher konnte man noch das Festnetztelefon ausschalten, oder hat es daneben gelegt, den Hörer, ich entsinne mich noch. So den Netzteil ausgeschoben. Vielleicht ein bisschen schöne Musik im Hintergrund, aber das kann auch stören. Räuchern fand ich auch total wichtig früher, bis ich dann festgestellt habe, dass manche Menschen mit dem Räuchern Probleme haben. Ja, und ich werde jetzt hier gleich eine kurze Störung haben, wo wir gerade von Störquellen reden, weil unsere Kinder gerade wieder rein wollen. Ich muss mal ganz kurz die Tür öffnen, einen kleinen Moment. Dann übernehme ich. Und nochmal darauf zurückzukommen. Ja, es war mir sehr wichtig, dass da keine äußeren Einflüsse waren. Es war eben, und ich kann mich erinnern, ich habe ein paar Mal den Stecker des Telefons gezogen, damit da keiner die Chance hatte, mich telefonisch zu erreichen. Und dann reden wir gar nicht, dass das damals schon existierende Mobile, das wurde genauso ausgeschaltet, weil ich einfach nicht gestört werden wollte. Ja, das war wirklich total wichtig. Ich finde es sehr lustig, dass jetzt gerade die Kinder sich auch noch Süßigkeiten holen müssen. Also die Störquellen sind vollgegeben, wenn wir von Störungen reden. Ich finde auch heute, ja, wenn du oder ihr da draußen euer Ritual machen wollt, wenn ihr gute Legungen erzielen wollt, plant ordentlich Zeit ein. Und wie gesagt, macht alle Störquellen auf, schielt nicht zwischendurch aufs Handy. Das ist überhaupt nicht produktiv. Was ich auch wichtig finde, wie gesagt, das Räuchern hat mir immer sehr geholfen, mich sehr unterstützt. Ich habe dann aber festgestellt, dass manche Menschen, wie gesagt, allergisch dagegen reagieren und habe das dann irgendwann gelassen, einfach weil das bei den Leuten dann nicht so gut ankam, wenn sie eine Reaktion hatten. Für uns, wenn wir uns nochmal zusammen hinsetzen, machen wir das eigentlich weiterhin sehr gerne. Und was ich noch sehr wichtig finde, ist vor einer Legung sich Papier und Bleistift bereitzulegen, um sich Notizen zu machen. Natürlich kann man das inzwischen heute auch ganz leicht mit dem Handy machen. Da kann man sein Foto aufschreiben oder sich eine kleine Sprachnotiz auch rein diktieren. Aber dass man etwas hat, womit man die eigenen Legungen festhalten kann. Ich persönlich empfehle da immer ein Tarot-Tagebuch, weil man das in einem Buch immer schöner zusammen hat als irgendwelche losen Blätter, die durch die Gegend fliegen. Und dann fand und finde ich es auch noch sehr wichtig, sich in irgendeiner Form zu erden. Das heißt, bevor ich meine Karten ziehe, in irgendeiner Form ein meditatives Ritual zu machen, das mich zur Ruhe bringt, das mir das Gefühl gibt, ich bin mit der Erde verwurzelt und dass ich mich öffnen kann, wenn wir spirituell veranlagt sind, dann natürlich dem Höheren selbst öffnen oder sonst etwas. Aber Gott sei Dank kann ja auch jeder Mensch, der nicht an irgendwelche Gottheiten glaubt, sich die Karten legen, die sollten dann halt in einen Zustand kommen, wo sie mit offenem Geist sich die Karten legen können. Siehst du das auch so? Bin ich völlig bei dir. Ich muss jetzt hier mal die Kobolde entfernen. Könnt ihr bitte in euer Zimmer gehen? Ja, das nervt mich aber. Denn ganz wichtig ist es, dass man, besonders am Anfang, sich seinen Ablauf immer wieder, mantraartig wiederholt, dass man dann das schon wie im Schlaf beherrscht und dann für sich seine Umgebung baut, sein virtuelles Zimmer baut, damit man da dann für sich gut in diese tolle Welt der Karten eintauchen kann. Ja, manche Menschen tendieren auch dazu tatsächlich in irgendeiner Form durch Wicker-Methoden oder andere magische Methoden sich ihren Raum zu öffnen, in dem sie dann arbeiten. Auch das kann man natürlich tun. Wenn man sowas macht, dann sollte man nach dem Kartenlegen allerdings auch diesen Raum wieder schließen. Viele Leute lassen das dann offen. Das ist dann keine so gute Idee. Wir haben auch schon mal darüber geredet, wie man Karten reinigt. Auch das ist eine Routine, die man sich vielleicht angewöhnen sollte, dass man, wenn man mit den Karten gearbeitet hat, sie wieder in eine, wie auch immer, artete Position zurückbringen soll. Also heute ist das hier ein bisschen unruhig, muss ich sagen. Ja, inzwischen bin ich auch wieder hier. Das ist sehr schön. Für alle, die mich in der Zwischenzeit ein bisschen vermisst haben, ich bin wieder hier. Ja, du warst nur kurz weg, ist alles gut. Also das in eine, jetzt habe ich leider den Faden verloren, in eine, dass man Räume öffnet und schließt, das wäre wichtig. Und was ich auch immer wirklich wichtig finde, wenn ich einmal eine Methode gefunden habe, mit der ich mich wohlfühle, eine Methode gefunden habe, wie ich meine Karten mische, wie ich meine Karten auslege, ob ich abhebe oder nicht, dann sollte ich auch bei dieser Methode bleiben, denn ich bleibe dabei, Karten sind wie Haustiere, die es gerne traditionell und immer in einem bestimmten Rhythmus haben. Ja, wie ist es denn, wie gehst du denn heute damit um, wenn du dir da mal die Karten legst? Ja, ich bin viel unaufgeregter. Für mich sind die Karten ja ein, nicht ein Allgemeingut, sondern ein treuer Begleiter geworden über die Jahre. Also ich verlasse selten unsere Wohnung, ohne nicht mindestens eine Packung Karten dabei zu haben. Dann habe ich natürlich den Vorteil, dass ich dadurch, dass wir ja sehr viele Karten haben, ich immer mal so meine Lieblingskarten dabei habe. Ich zeige sie mal nochmal. Das sind so meine Lieblinge, die Zigeuner-Wahrsage-Karten. Und die passen wunderbar in Herrn, Hemd, Taschen oben rein. Also das ist wunderbar. Und diese Zigeunerkarten haben schon viel erlebt mit mir. Wir haben auch schon mal in einem Flugzeug die Karten gelegt, weil die Klientin das unbedingt wollte. Und dann habe ich gesagt, okay gut, wenn es dich nicht stört, dann ziehst du mal hier neun Karten. Die Flugbegleiter waren dann ein bisschen interessiert daran und blieben mal so zufällig stehen und haben dann einen Blick geworfen. Was wird denn da passiert am Mittelsitz? Ja, für mich sind, um auf deine Frage zurückzukommen, ich mache das heute unaufgeregt. Ich mache vielleicht nur mehr ganz selten dieses Ritual, mit dreimal den Tisch zu reinigen und ein Seidentuch aufzulegen. Sondern wenn man so oft wie wir mit unserer Art für Klientinnen und Klienten die Karten zu legen, dann, man stumpft nicht ab, aber man macht es schon mit einer gewissen Nonchalance. Und dann ist es weniger, dass man sich ins Ritual reinbegibt, sondern dass man das Ritual für sich dann schon im Geist abspult, dass man sagt, so, jetzt setze ich mich schon hin, ich weiß, in einer Viertelstunde kommt die Klientin, ich setze mich schon mal hin und komme innerlich zur Ruhe, wo man früher vielleicht gar niemand an sich herangelassen hatte und von jedem die Ruhe abverlangt hat, dass man heute das schon so in sich hat, dass man da gar nicht mehr groß in eine Unruhe kommt. Ja, dennoch, ich finde es wirklich wichtig, dass man am Anfang das sich so aufbaut und nach und nach kann man da ja dann auch die Barrieren immer mehr herunterlassen. Aber ich muss auch sagen, dass ich heutzutage da wirklich eigentlich relativ ohne Zeremonie Karten ziehe und dann für mich deute, auch sehr spontan. Inzwischen benutze ich auch sehr oft meine App auf dem Handy, ob ich dabei im Bus sitze oder durch die Gegend laufe. Das ist, ja, das hat sich wirklich sehr verändert für mich. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir wirklich beruflich mit den Karten unterwegs sind. Hier in unserer Wohnung verteilt gibt es überall irgendwo immer ein Tarot oder Orakeldeck, was rumliegt. Und wenn jemand anruft, dann egal, wo ich gerade bin, zücke ich dieses Deck und fange halt an zu legen. Und so geht dir das ja auch. Nur wenn wir jetzt hier zu mehreren Personen in der Wohnung sind, dann müssen wir uns da unsere bestimmten Rückzugsräume suchen. Aber ich habe jetzt auch keinen Altar mehr, wie ich früher hatte, an den ich mich gern begeben habe, um dort Karten zu legen. Ja, das hat sich alles wirklich relativiert. Und das liegt, glaube ich, auch nicht nur daran, dass ich und du mehr Erfahrungen haben im Kartenlegen, sondern weil sich auch die Zeiten geändert haben und dass einfach alles schneller gehen muss im Leben. Ja, und es hat sich auch was anderes verändert. Wir haben ganz andere technische Möglichkeiten. Diese Möglichkeit, wie wir sie gerade im Moment haben, dass wir hier in zwei verschiedenen Räumen eine Aufzeichnung machen, die wir aussenden können. Das war vor fünf, zehn Jahren so in diesen technischen Möglichkeiten gar nicht vorhanden oder auch gar nicht bezahlbar. Und vor 15 Jahren schon gar nicht. Und das sind halt Dinge, die uns entgegenkommen, wenn wir, und da brauchen wir gar keine Krisen, da können wir schon sehr gut Kontakte aufstellen, sehr gut Kontakte knüpfen. Und auch den Leuten so zeigen, hallo, so tun wir es. Ja, ich finde, das ist mit das Wichtigste. Wie ist es denn, wenn du jetzt jemand anderen die Karten legst? Worauf achtest du da, dass sich die Person wohlfühlt? Ich achte darauf, dass die Person so bequem wie möglich sitzt. Ich achte darauf, dass die Person ihre Ruhe hat, dass man da nicht durch 15, 20 umstehende, lauschende Personen irgendwelche Informationen weitergibt. Ich achte auch darauf, dass die Person so gut wie es für sie passt, einen Raum schafft, wo sie sich wohlfühlt, um die Problematik, in der sie sich ja gerade befindet, dass man da ihr begegnet und ihr da die Hilfbestellung gibt, dass sie dann im besten Fall zufrieden aufsteht und nach Hause geht. Also aus meiner Sicht hilft es immer, wenn man irgendwie der Person, die kommt, wenn sie persönlich kommt, irgendwie einen Tee anbietet und nicht irgendwie sie einfach nur irgendwie an den Tisch sitzen lässt, ein bisschen Smalltalk macht, sie entspannt, bevor es dann zur Sache geht. Wovon ich abrate, ist es, irgendwelches Gebäck oder Knabberzeug hinzustellen. Das ist irgendwie immer anstrengend, macht Geräusche, krümelt auf die Karten. Das würde ich nicht unbedingt anbieten. Und am Telefon, wenn ich mit Menschen telefoniere, auch sie dazu zu bringen, dass sie sich in Ruhe hinsetzen, dass sie sich da einstimmen auf etwas, wobei ich ja dann die Karten lege und die meiste Arbeit sozusagen übernehme. Also die müssen sich eigentlich bequem hinsetzen. Inzwischen zoomen wir ja auch sehr viel mit beim Kartenlegen oder Skypen. Und ich tendiere dann dazu, auch entweder die Karten ins Bild zu halten oder aber auch ich mache ein Foto von dem und Whatsappe das rüber. Da hast du recht, es gibt unglaublich viele technische Möglichkeiten inzwischen, Leuten das Dabeisein zu ermöglichen, ohne dass sie tatsächlich präsent sind. Letztendlich aber, wenn wir für uns selbst das machen, werden wir am gestärktesten durch eine Legung gehen, wenn wir uns selbst das schön und irgendwie auch ein bisschen atmosphärisch, ich will nicht sagen, heilig machen. Doch, ich finde, es ist dann schon, wenn wir es für uns machen, doch eine gewisse zeremoniale Heiligkeit. Ja, das sehe ich auch so. Ja, ich weiß gar nicht, ob es dazu zu diesem Thema noch so wahnsinnig viel zu sagen gibt. Wie siehst du das? Gibt es denn irgendeinen Input von unseren geschätzten Zuseherinnen und Zuseher? Na, die Birgit hat einmal geschrieben, dass sie das auch sieht wie wir. Dabei weiß ich jetzt allerdings nicht genau, was sie sieht wie wir. Aber auf jeden Fall, Birgit, bin ich sehr zufrieden, wenn du das so siehst. Sonst haben wir heute nicht so viel Feedback bekommen. Ich glaube, es ist auch gerade ein bisschen eine ungünstige Zeit, aber es hindert ja niemanden, wenn ihr da draußen euch dieses Video mal später anguckt, dann noch zu kommentieren, gar kein Problem. Ich würde gerne noch verweisen, wie ich das immer wieder gerne tue, auf unseren Blog tarotwissen.de, wo, das müsstet ihr jetzt alle sehen können, kann man es sehen? Ja. Wo ich auch einen Tarotschulenteil, dein persönliches Kartenlegeritual genannt habe. Und da könnt ihr nochmal so in der Zusammenfassung lesen, was wir jetzt hier schon gesagt haben und was einfach sinnvoll ist, sich zu überlegen. Ich habe hier ein paar Gedanken vor allem für dich selbst gemacht. Ich habe aber auch noch dazu geschrieben, wie es ist, wenn man sich für, wenn man jemand anderem die Karten legen möchte, was natürlich nochmal eine ganz andere Qualität hat. Ja, ich denke, damit sind wir für heute angekommen am Ende unseres Talks. Ich bin ja gleich noch in den nächsten, also wo wer da draußen ist und um 19 Uhr noch bei Tarot e.V. vorbeischauen will, da reden wir, wir Kirsten und Melanie Assani, schuldige Melanie, ich kann das immer nicht richtig aussprechen, über, ja, warum in den heutigen Zeiten das Kartenlegen besonders interessant ist. Und wir Mantiker sind wieder nächste Woche unterwegs, da haben wir uns ein schönes Thema herausgesucht, das wird am nächsten Dienstag sein. Da wollen wir über die Quintessenz des Kartenlegens reden und das Ganze unter dem Motto, das mein Mann geprägt hat. Möchtest du es nennen, lieber Schatz? Da bin ich schon dran. Ja, ich habe am Anfang meiner Karriere als Kartenleger es immer sehr spannend gefunden, die Quintessenz auszurechnen und hatte immer so diese tolle Erfahrung, dass eine Karte auch genügt hätte. Ganz schön. Aber man weiß natürlich am Anfang nicht, welche Quintessenz ich habe, wenn ich die Karten nicht lege, logisch. Und ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Thema für das nächste Mal und ich freue mich schon sehr darauf, mit euch da draußen vor den Bildempfängern, dass wir dann uns diesem Thema gemeinsam nähern. Ja, ganz genau. Also am Dienstag, ich nehme an um 17 Uhr, das Thema, eine Karte hätte auch genügt, die Quintessenz beim Kartenlegen. Ja, uns bleibt noch zu sagen, macht es gut, habt ein schönes Wochenende, das Wetter ist ja fantastisch, nehme ich an. Ja, lädt zum Grillen ein. Hier in Hamburg, ich weiß natürlich nicht, wie es irgendwo anders ist. Bestimmt überall. Bestimmt überall. Und ja, wir freuen uns darauf, wenn ihr uns nächste Woche wieder anschaut. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und vergesst nie, never give up. Exactly. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.